Matheon Meetings ist eine Videolösung für mehrere Teilnehmer, die für diejenigen entwickelt wurde, die effizienter arbeiten und die Kommunikation am Arbeitsplatz verbessern möchten, mit nahtlosen Übergängen zwischen Sprach, Video- und Schaltfunktionen, um eine echte Zusammenarbeit zu ermöglichen. Sobald Sie angemeldet sind, haben Sie Zugriff auf Ihre vergangenen und bevorstehenden Meetings. Wählen Sie eine Besprechung aus und Sie können die Details sehen. Eine Beschreibung der Besprechung. Zugriff auf die mit der Besprechung verbundenen Parteien. Zugang zu den Aufzeichnungen der Besprechung. Die Teilnehmer der Besprechung. Und alle Sofortnachrichten, die mit dieser Besprechung verbunden sind. Sie können Die Besprechungsinformationen kopieren, um sie mit anderen zu teilen. Mit einem einzigen Klick an der Besprechung teilnehmen. Oder die Besprechungsinformationen bearbeiten. Um Ihre eigenen Besprechungen zu erstellen, haben Sie zwei Möglichkeiten. Jetzt treffen. Damit wird sofort eine Besprechung erstellt. Oder planen Sie eine Besprechung, wie es Ihnen ermöglicht, eine Besprechung zu erstellen. Eine Besprechung für ein bestimmtes Datum und eine bestimmte Uhrzeit zu Ihrem Kalender hinzufügen und Teilnehmer über Ihr E-Mail-Konto einzuladen. Unter Ihrem Benutzersymbol können Sie auf Ihre Einstellungen zugreifen und sich abmelden. Unter Einstellungen können Sie folgendes einstellen. Ihre persönlichen Informationen einschließlich Ihres Benutzersymbols. Das Gerät, das für die Videoübertragung verwendet wird. Die Geräte, die für Audio verwendet werden. Welches Outlook-Profil mit Ihrem Konto verknüpft ist. Und ein Feld, um Feedback zu senden oder Probleme an Meite zu melden. Weitere Informationen finden Sie in unseren zusätzlichen Videos zum ITM-Meetings. Wirklichkeit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020